Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Webseiten Media. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Word ein Bild spiegeln könnt. Ich habe hier bereits ein Bild eingefügt und wir machen jetzt folgendes. Wir klicken einmal auf das Bild drauf, gehen auf den Reiter Format, dann hier rechts oben auf den Button drehen und da können wir dann eben das Bild vertikal oder auch horizontal spiegeln. Ja und das war es auch schon. Falls ihr das Video hilfreich fandet, schreibt es doch bitte in die Kommentare, gebt mir Feedback und lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.